Die Aufnahmen, die ihr hier seht, könnten Militärgeschichte schreiben. Denn es sind wahrscheinlich die ersten Videoaufnahmen überhaupt, die wir jemals zu Gesicht bekommen haben, in denen Kampfroboter in einem echten Krieg andere Kampfroboter angreifen und zerstören. Diese Bilder stammen aus der Ukraine und wir sehen darauf sehr wahrscheinlich ukrainische Luftdrohnen, die russische Bodendrohnen attackieren und zerstören. Und es ist gut möglich, dass diese Aufnahmen einen Blick in die Zukunft gewähren, wie Kriege und bewaffnete Konflikte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aussehen könnten. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, heute in diesem Video mal einen Blick drauf zu werfen, was sind Kampfroboter, Bodendrohnen, wie man sie auch nennen möchte, seit wann gibt es sie und was ist der aktuelle Stand der Technik und vor allem, wie werden sie gerade in der Ukraine, im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt. Und wir fangen an vor mehr als 100 Jahren. Denn tatsächlich gibt es diese Idee von Kampfrobotern, Bodendrohnen, wie auch immer man sie nennen möchte, schon länger als man denken würde. Während des Ersten Weltkrieges gab es Konzepte, gerade von der französischen Seite und der britischen Seite, sogenannte Landtorpedos einzusetzen. Der Erste Weltkrieg, ihr wisst es vielleicht von 1914 bis 1918, war einer der ersten, wenn nicht der erste große Krieg, der massiv als Stellungskrieg ausgefochten wurde. Man hatte also Schützengräben, Festungen und eben eine sehr statische Art der Kriegsführung, zumindest an der Westfront. Da gab es nicht diese großen Manöver und Reitereinheiten kommen von da und dann umgehen sie die und greifen von hinten an. Das war nicht der Erste Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg hatte man Millionen Heere, die praktisch sich eingegraben haben und auf den anderen geschossen haben. Man hatte sie also verschanzt, es gab sehr wenig Bewegung und manche Militärexperten erinnert das tatsächlich auch an den aktuellen Stand im Ukraine-Krieg, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall war damals eine ganz wichtige Frage, wie könnte man gegnerische Befestigungen irgendwie angreifen und so diesen Krieg wieder in einen Bewegungskrieg verwandeln. Und da gab es dann eben schon 1915 Ideen von den Westalliierten, dass man eventuell Landtorpedos einsetzen könnte, unbemannte Fahrzeuge, die mit Sprengstoff angefüllt werden und die dann auf den Gegner, auf die gegnerischen Befestigungen zufahren und diese dann letztendlich zerstören. Diese Idee wurde dann später in den 30ern und frühen 40ern von der Sowjetunion wieder aufgegriffen und das ist schon beängstigend nah dran an dem, was wir jetzt gerade sehen. Die Sowjets haben sogenannte Teletanks eingesetzt, also ausgemusterte, meist leichtere Panzer, die über Fernsteuerung gegen den Gegner gehetzt wurden. Die waren zum Teil auch mit Flammenwerfern versehen und wieder war die Idee, dass man eben gegnerische Befestigungen angreifen könnte, ohne dass man eigene Truppen in große Gefahr bringt. Und diese Teletanks, die wurden unter anderem beim sowjetischen Angriff auf Finnland eingesetzt und eben auch im Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen dann die Sowjetunion angegriffen haben. Und im Zweiten Weltkrieg haben auch die deutschen Kampfroboter eingesetzt, nämlich den Goliath unter anderem. Es gab noch andere Plattformen, aber die vielleicht kurioseste und bekannteste ist der Goliath. Das sieht aus wie ein Spielzeugpanzer, also relativ klein. Und der war dazu gedacht, dass er ferngesteuert von deutschen Truppen gegnerische Panzer oder eben auch Befestigung zerstören sollte. Also man sieht hier, der war mit einem Draht, mit der Person, die ihn lenkt, verbunden. Und der sollte letztendlich so nah ranfahren an gegnerische Panzer oder sogar untergegnerische Panzer und sie dann in die Luft sprengen. Dieser Goliath wurde hauptsächlich an der Ostfront eingesetzt. Es gab aber auch Einsätze vom Goliath in Italien gegen die Westalliierten und auch an der Normandie. Ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich sagen kann, dass diese Wunderwaffe nicht so viel gebracht hat. Deutschland hat den Krieg trotzdem verloren. Und es hat sich gezeigt, dass diese ferngesteuerten Kampfroboter sehr fehleranfällig sind und auch sehr anfällig für unter anderem gegnerisches Feuer. Und dementsprechend hat diese ganze Idee der ferngesteuerten Bodendrohnen eine relativ geringe Rolle gespielt bis ins 21. Jahrhundert. Mittlerweile ist die Idee wieder in aller Munde und zwar schon seit längerer Zeit und man sieht immer mal wieder beeindruckende Aufnahmen, Testaufnahmen von irgendwelchen Prototypen. Gerade wenn die Amerikaner irgendwas gebaut haben, das sieht dann immer sehr, sehr spektakulär aus. Aber es ist immer die Frage, inwiefern diese Prototypen, die auf irgendwelchen schicken PR-Videos veröffentlicht werden, inwiefern die wirklich so weit sind, dass sie in einem echten bewaffneten Konflikt eingesetzt werden können. Ich möchte hier kurz auf ein paar kleinere Beispiele eingehen, bevor ich jetzt eben direkt zur Ukraine und zum Krieg zwischen der Ukraine und Russland komme. Die Amerikaner haben diese Roboterhunde. Die kennt ihr bestimmt, da gibt es hunderte Videos von dem Internet, die aussehen wie so eine Mischung aus kopflosem Hund und Esel. Da gab es wohl schon Einsätze von diesen Roboterhunden als sowas wie Bachhunde bei Einrichtungen der amerikanischen Luftwaffe und der Weltraumstreitkräfte der Amerikaner. Also wir haben Weltraumstreitkräfte, die von Robotern beschützt werden. Das ist schon ziemlich Science Fiction auf jeden Fall. Aber jetzt in einem aktiven Einsatz ist die Datenlage relativ dünn, was eben diese Roboterhunde eingeht. Und man muss auch nochmal unterscheiden zwischen Unterstützungsfunktionen, also etwa Wachfunktionen, dass sie einfach nur mit einer Kamera irgendwie einen bestimmten Weg abgehen. Das ist jetzt nicht unendlich komplex. Oder ob sie irgendwelche Nachschubmaterialien an die Front bringen zu Soldaten. Oder ob sie eben direkt selbst in Kämpfe eingreifen. Denn das ist was, sobald diese Roboter eben wirklich zu tödlichen Waffen werden, was große Debatten ausgelöst hat und auch die Befürchtung von manchen Experten geweckt hat, dass man da etwas erschafft, was man nicht mehr rückgängig machen kann. Ich kann jetzt einen kurzen Exkurs machen, dass wir unterscheiden müssen zwischen ferngesteuerten Drohnen und autonom agierenden Systemen. Was bedeutet das? Ferngesteuerte Drohnen brauchen einen Menschen, der letztendlich meist mit einer Kamera schaut, was sieht diese Drohne, was ist die Bedrohungslage und dann eben auf den Knopf drückt, um eventuell den Gegner anzugreifen und Menschen zu töten. Das bedeutet, also für die Person, die getötet wird, macht das keinen Unterschied, aber es bedeutet dann doch einen Unterschied, ob ein Mensch die Entscheidung getroffen hat, einen anderen Menschen zu töten, oder ob das eben autonom von einer künstlichen Intelligenz als Entscheidung getroffen wurde. Und das ist eben so diese große ethische Frage, sollte man Robotern, sollte man künstlichen Intelligenzen diese Macht zugestehen, dass sie entscheiden können, ob ein Menschenleben ausgelöscht wird, ob im Krieg oder nicht. Ein anderes Land, das auf diesem Gebiet auch relativ weit ist, ist Israel. Und da gibt es eben auch schon Bestrebungen, dass solche Robotergefährte tatsächlich auch autonom agieren können. Also etwa, dass sie eine Grenze abfahren können und auf eventuelle menschliche Ziele schießen könnten, die diese Grenze überschreiten wollen. Und auch da ist dann wieder die Frage, sollen das Roboter selbst entscheiden können, dass sie automatisch praktisch auf Menschen schießen, oder soll es dann immer noch einen Kontrollmechanismus geben, dass Menschen dann doch letztendlich die Entscheidung treffen, einen anderen Menschen zu töten. Also hochspannende und superrelevante Debatte, die da eben geführt wird und die geführt werden muss. Für den Krieg in der Ukraine spielt das wahrscheinlich eher eine geringere Rolle, denn das, was wir da sehen, das deutet nicht unbedingt darauf hin, dass wir es hier wirklich mit den hochentwickelten, künstlichen Intelligenzen und autonom handelnden Roboter zu tun haben, sondern eher mit dem, was oft mit dem Begriff Landdrohne oder Ground Drone zusammengefasst wird. Nämlich Roboter, die aber letztendlich auf die Steuerung vom Menschen angewiesen sind. Und damit kommen wir jetzt auf den Konflikt in der Ukraine und auf das, was wir bisher so an Informationen haben über den Einsatz von Kampfrobotern, oder auch nicht nur Kampfrobotern, von Robotern im Krieg, muss man sagen. Denn auch da kann man unterscheiden, Kriegsroboter oder Kampfroboter, denn, wie wir sehen, nicht jeder Roboter, der in einem Krieg eingesetzt wird, ist automatisch auch direkt am Kämpfen beteiligt. Und da fangen wir vielleicht gleich mal damit an, mit sogenannten Evakuierungsrobotern oder Bodendrohnen. Das haben wir von beiden Seiten, von der ukrainischen Seite wie von der russischen wohl zu sehen bekommen, dass verwundete Soldaten abtransportiert werden können von einem Roboter. Wir haben also so Plattformen, wo wie so Liegen drauf montiert sind, wo Verwundete draufgepackt werden können und eventuell in der Gefahrenzone bewegt werden können oder beziehungsweise aus der Gefahrenzone raus. Und das ist insofern sehr relevant und ein sehr interessanter Ansatz, da Verwundung von Soldaten in einem Gefecht oft der Seite, die verwundet wurde, größere Verluste zufügt, als ob ein Soldat getötet worden wäre. Das klingt zynisch, aber denkt mal drüber nach. Wenn ein Soldat der Gegenseite getötet wird, dann ist er tot. Dann kann ein Soldat nicht mehr kämpfen. Wenn ein Soldat verwundet wird, dann braucht es meistens mindestens einen oder eher zwei seiner Kameraden, die versuchen, diesen Soldaten in Sicherheit zu bringen oder irgendwie zu versorgen. Das heißt, mit einem verwundeten Soldaten fallen dann mindestens zwei, wenn nicht sogar drei gegnerische Soldaten aus. Also der Verwundete und die, die halt dafür eingesetzt werden, um ihn zu bergen oder in Sicherheit zu bringen. Und genau da setzt dann eben diese Roboterversion des bergenden Kameraden praktisch ein oder des rettenden Kameraden. Bergung ist es, wenn die Person schon tot ist. Rettung ist, wenn die Person noch am Leben ist. Und außerdem schützt es natürlich die Menschen, die sonst den Kameraden retten müssten. Denn in einem aktiven Gefecht einen verwundeten Kameraden zu transportieren, ist natürlich unfassbar gefährlich. Zum einen, weil man langsamer ist, weil man sich auf den Kameraden auch konzentrieren muss. Und eben auch, weil man aufrecht steht. Man kann sehr schwer im Kriechen einen verwundeten Soldaten hinter sich herziehen. Das alles wäre gelöst mit diesen Evakuierungsrobotern. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die zu den Systemen gehören, die wir auf Videoaufnahmen von russischer, aber auch von ukrainischer Seite im Ukraine-Krieg schon gesehen haben. Über die klassischen Drohnen, wenn man das so sagen kann, also die Luftdrohnen, da will ich jetzt gar nicht so viel drüber erzählen. Da könnte man ganze Videos füllen und das werde ich in Zukunft natürlich auch machen. Aber da haben wir einfach schon sehr viele Informationen. Ich habe es selber schon mit Drohneneinheiten gedreht. Drohnen sind ein unglaublich großer Teil dieser Kriegsführung in der Ukraine. Und das wird auch nicht mehr weggehen. Das wird auch in Zukunft in allen Konflikten so sein, dass Luftdrohnen eine riesengroße Rolle spielen. Aber hier soll es eher konkret um dieses doch in der Ukraine noch gar nicht so groß behandelte Thema der Bodendrohnen, der Bodenroboter gehen. Deswegen bleiben wir jetzt dabei und schauen uns mal an, was die Ukrainer bisher so gebastelt haben. Und da sehen wir, das sind Aufnahmen, die sehr stark an den Goliath erinnern, der eben auch schon im Zweiten Weltkrieg, in diesem Fall von den Deutschen, eingesetzt wurde. Wir haben hier also Roboter, die mit weiß nicht wie viel Kilo, teilweise Dutzenden von Kilo von Sprengstoff bestückt werden und die dann losgeschickt werden, um in einer gefährlichen Umgebung gegnerische Ziele anzugreifen. In diesem Fall, was wir hier gerade sehen, geht es darum, dass eine Brücke zerstört werden soll, die in der Ukraine von den russischen Streitkräften genutzt wird. Und dafür fährt dieser Roboter unter Begleitung einer Luftdrohne, die das Ganze filmt und aufzeichnet. Dieser Roboter fährt wohl vier Kilometer in das umkämpfte oder sogar schon gegnerische Gebiet hinein und letztendlich parkt er sich dann unter dieser Brücke und wird in die Luft gesprengt. Und wir sehen hier, natürlich macht die Technik große Fortschritte, gerade in der Möglichkeit der Fernsteuerung und der Kontrolle. Im Zweiten Weltkrieg, diese Goliaths, die wurden natürlich noch, wie gesagt, mit einem Draht gesteuert. Das heißt, der steuernde Soldat musste sehr nah dabei sein und musste das Ganze natürlich auch mit seinen eigenen Augen verfolgen, was ein großes Risiko dargestellt hat. Heutzutage ist das natürlich anders, aber das Grundprinzip ist dann doch relativ ähnlich wie schon im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt kommen wir zu den Videoaufnahmen, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Hier sehen wir russische Bodendrohnen, Ground Combat Vehicles, Kampfroboter etc., die wohl bei einem Einsatz gegen ukrainische Streitkräfte eingesetzt wurden. Und dieser Einsatz wurde von der russischen Propaganda schon sehr hoch gehängt und es gibt einen Artikel auf der russischen Propaganda-Plattform Sputnik. Und da gibt es eben die Überschrift Und im Artikel wird eben beschrieben, wie aus russischer Sicht zumindest zum ersten Mal mehrere dieser Roboter koordiniert eingesetzt wurden, um Feuerunterstützung in einem Gefecht gegen ukrainische Truppen zu leisten. Und diese noch namenlosen Roboter sind wohl ausgestattet mit Granatwerfern vom Typ AGS-17. Und das Ganze wird natürlich jetzt propagandistisch ausgeschlachtet und es wird gesagt hier, das ist die Zukunft und Russland wieder revolutionär und so weiter. Was in diesem Artikel nicht zur Sprache kommt, ist das, was wir eben auf diesem Video sehen. Nämlich, dass diese Roboter sehr, sehr leicht durch Drohnen anzugreifen sind, so wie andere Bodentruppen auch. Und natürlich ist es hier schwer, genau auszumachen, was wir sehen. Wir können hier nur spekulieren. Aber es sieht so aus, als ob einige dieser Roboter sich nicht mehr bewegen könnten. Als ob die entweder durch ukrainische Truppen gejammt wurden, also dass die Verbindung abgerissen ist zu den russischen Soldaten, die sie eigentlich steuern sollten. Oder es gab von selbst irgendwelche Verbindungsprobleme. Auf jeden Fall sehen wir auf diesen Videos, dass diese russischen Kampfroboter stillstehen. Und das macht sie natürlich zu einem noch leichteren Ziel für die ukrainischen Drohnen, die wir hier sehen und die letztendlich dann diese russischen Kampfroboter zerstören. Und was lernen wir daraus? Bodenroboter sind genauso anfällig für Gefahren aus der Luft wie menschliche Bodentruppen. Das ist jetzt keine revolutionäre Erkenntnis, aber diese Videos zeigen es eben doch recht deutlich. Und die Tatsache, dass diese Videos nur nach und nach an die Öffentlichkeit kommen, dass wir nicht überschwemmt sind mit Videoaufnahmen von irgendwelchen kämpfenden Roboterheeren oder Roboterpanzern sogar am Boden, das zeigt auch deutlich, dass diese ganze Idee von Kampfrobotern auf dem Boden dann doch etwas komplexer ist und auch komplizierter, als man sie vielleicht gerne hätte. Dass in der Luft Drohnen mittlerweile eine riesengroße Rolle spielen, das ist unumstritten, aber es ist auch sehr viel einfacher, in der Luft eine Drohne zu steuern, als auf dem Boden. In der Luft gibt es keine Hindernisse, es gibt keine Unebenheiten, es gibt natürlich auch andere Probleme da, aber es ist sehr viel einfacher, eine Drohne militärisch zu nutzen, wirklich in einem Krieg militärisch zu nutzen, als diese Bodenroboter. Denn ansonsten hätten wir sehr viel mehr davon gesehen, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht in Zukunft mehr von ihnen sehen werden. Denn was auch der Krieg in der Ukraine und viele andere Kriege gezeigt haben, Kriege sind unglaubliche Beschleunigungsmaschinen für die technische Entwicklung, natürlich gerade für Rüstungstechnologie. Und auf beiden Seiten arbeiten sehr fähige, sehr intelligente Techniker daran, dafür zu sorgen, dass diese Kampfroboter in Zukunft nicht nur in der Luft oder seit kurzem auch auf dem Wasser, sondern in Zukunft auch vermehrt auf dem Lande funktionieren werden. Denn der Einsatz von diesen Kampfrobotern ist natürlich verführerisch. Man kann Krieg führen, ohne Menschenleben zu riskieren. Das wäre fast schon eine Utopie. Kriege, in denen keine Menschen mehr sterben müssen oder nur noch wenige. Aber, wie wir aus der Geschichte wissen, können solche Utopien sehr schnell in Dystopien umschwenken. Und vielleicht, vielleicht ist die Zukunft der Kriegsführung tatsächlich geprägt von Robotern, die im Zweifelsfall auch möglicherweise irgendwann eigenständig auf Menschen schießen können. Wir sind am Ende dieses Videos und ich hoffe, ihr konntet interessante Informationen mitnehmen, konntet ein bisschen was Neues lernen und wie immer, ihr kennt meine Phrase, ich hoffe, ich konnte euch irgendwas mitgeben, was euch hilft, eure Meinung selbst zu bilden und die Nachrichten, die Meldungen, die ihr täglich irgendwo aufnehmt, besser einzuordnen. Dankeschön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.